So, so, so YouTube, hallo und willkommen zu einem Timegasser-Sonntag, einem biertastischen Timegasser-Sonntag. Ich habe ein paar Bierchen getrunken, mal gucken, ob es mir hilft oder sich negativ auf die Punktzeit zuschlägt. Ja, Timegasser, was ist denn das? Timegasser sind 5 Runden, 5 Orte und 5 Zeiten. Wir werden versuchen herauszufinden, wo oder wann wir sind. Im besten Fall beides. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Wird sich zeigen, ob wir das schaffen oder nicht. Und ich drücke auf Daily und bin mal gespannt, ob wir irgendwas erkennen. Okay, 9th Street, 4th, 3rd. 1st. Bank of. Amerika. Okay, ich wollte erst New York sagen, nicht New York. Wir sind in Los Angeles oder San Francisco. Wahrscheinlich erst San Francisco. Exit 228, vielleicht finden wir das. Beim letzten Mal war Exit 228 hier oben das, nicht? War doch irgendwo die Autobahnauffahrt. Wartet mal, ich sehe die von oben besser. Wo war die denn? Hier. Und das war Exit 228 oder so, nicht? Das stand noch nicht dabei. Das Ding hier war 228, wenn ich mich recht erinnere. Hier ist auch die 9th Street und so. Genau. 9th Street. Ja, ja, okay. Wir sind hier. Aber Palm in Los Angeles, äh, in San Francisco? Das ist das Einzige, was mich verwirrt, nicht? Die sind ja ein bisschen nördlicher. Ja, okay. Äh. Okay. Apple Maps spinnt wieder rum. Kann man manchmal einfach nichts machen. Das ist irgendein JavaScript-Programmierfehler und die beheben wir ihn seit Monaten nicht. Aber ja, gut. Müssen wir mit leben. Kriegen wir bestimmt hin. So, das sieht hier nämlich nicht nach Palmen aus. Wäre nur komisch. Das sind keine Palmen. Palmen sind erst ab dieser Höhe, nicht? Das heißt entweder Florida oder Los Angeles. Was anderes bleibt ja gar nicht. Aber dann haben die auch ein Exit 228. Das ist natürlich doof. Weil das kenne ich nicht. Das da oben ist definitiv Exit 228. 9th Street, das passt nicht. Aber hier, oh. Die fangen wir von vorne an. Das ist immer ein Problem, sowas. Aber gut. Kämpfen wir gegen an, kriegen wir hin. Aber die haben sowas wie 9th Street gar nicht, nicht? Die haben immer Straßennamen. Obwohl so kleinere Straßen sind bei denen nicht benannt. Macht ja auch Sinn, nicht? Kleinere Straßen nicht zu benennen. Also das ist jetzt die Frage. Irgendwo eine 9th Street. Das erste Bild ist wieder das gemeinste. Aber wenn ich das sehe, ich denke irgendwie an, an... Nicht an Los Angeles. Das sind irgendwie eher so... Miami Palm, nicht? Tampa? Eigentlich denke ich an Tampa, muss ich gestehen. Wenn ich hier dran denke. Nicht an Miami. 9th Street only. 128, 191, 140. Okay, wenn sind wir irgendwo hier unten. 30. 27. 76. Ah, hier geht's wieder hoch. 110. Hm. Hm. Gut, ich hab ja auch gesagt, Tampa eher, nicht? Hm, 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 hm. 216. 216. Ja, das passt hier irgendwie gar nicht rein. 23. Hier haben wir mal kleinere Zahlen. 19. 12. 11. 12. Ja, aber das sind alles, von den Benennungen, das passt einfach nicht. Die sind nicht so durchorganisiert, dass es 4., 3. und 9. gibt. Orlando? Okay, Orlando könnte auch noch sein. Erstmal gucken, gibt's Palm hier. Sieht auch nicht palmig aus, nicht? Nee, das passt gar nicht. Das hier ist eher mal ein groben Wald. Palm Bay. Melbourne. Wus gar nicht, dass Melbourne hier liegt. Na? Die haben auch keine nummerierten Straßen, nicht? Fällten auch raus. Es ist blöd, dass die einzige Stadt, die passt, keine Palmen hat. Bisher. Die haben auch nur benannte Straßen. Agnes Street. Es macht auch wenig Sinn, nicht? Shit. Okay. Back to Anfang, würde ich sagen. Ja, wir können noch in San Diego sein. Das Problem ist, auf Google stehen die Exit-Nummern auch noch dran, hier nur nicht. Die haben, ah, okay. Okay. Das klingt doch schon mal nach einer Ansage. Die hier haben Nummern. Das ist doch wesentlich besser. Sechzehnte, neunte. Ja, okay. Tenth, ninth. Okay, die ninth hat kein Exit bei denen. Nur die sechste und die zehnte schließt diese gesamte Stadt aus. Tja, vielleicht Long Beach. Die fangen ja immer wieder irgendwo an zu zählen, nicht? Hier wäre eine Elfte. Hier ist eine ninth. Sixth. Aber wir suchen fourth and third. Seven. Aber ninth only würde passen. Okay. Aber von oben passt das nicht, oder? Das sind eher Industriegebiete hier. Hm. Das da wäre hilfreicher. Das steht da hinten. Wann, das kommen wir nicht ran. Das ist natürlich ungünstig. Oh, das ist 22B. Nee, das war 128. Aber die sehen eher nach Miami-Dinge aus. Highway Plaza. Ja, okay. Das hilft jetzt nicht. Nakatomi Plaza. Okay. Zeitlich sind wir in den frühen 80er, nicht? 83. Die Autos spiegeln auf jeden Fall. Gut, wir gehen auf 84. 84 wieder. Jetzt brauchen wir nur einen Ort. Da oben steht noch was. Elton Bale oder Elton Brake? Elton Barrow? Bra? Bra? Bank? Hm. Was steht da? Kann man wieder nicht lesen. Das Eckbild. First. Hm. Ja, kennt die Gebäude auch nicht wieder. Aber die sehen schon nach Miami aus, nicht? Ach, die Palmen. Oder zumindest Florida hier. Fort Myers vielleicht? Da geht die Autobahn nur nicht durch die Stadt. Also halten wir fest, nicht. Es muss ja eine Autobahn sein, die durch eine Stadt geht. Das heißt, wir haben nur die drei Orte ja zur Verfügung. Die anderen werden das nicht sein. Dann bleibt eigentlich nur noch Miami. Und hier haben wir einfach keine 9th Street. Gut, aber die haben so viele Nummern. 96, 128. Muss ja irgendwo losgehen mit einer 9. 12, 12, Dixie Highway, 8th, 7th, 1st Street, Miami Avenue, 300, 23. Das ist halt doof, nicht? Das ist die 16, 14, 12, 11. Aber keine 9th. Das ist die 9th. Irgendwo eine ganz kleine. Wow. Das kann hier nicht sein. Hm. Ich sag aber da. Ich hab keine bessere Ahnung, glaub ich, heute. Weiß auch nicht, ob ich eine bessere bekommen werde. Ist natürlich ziemlich am Rand. Könnte also die dümmste Entscheidung sein. Können auch mal Los Angeles gucken. Als Alternative. Aber die hat halt keine 9th, nicht? Die haben alle Namen, die Straßen hier. Deswegen haben wir es ausgeschlossen. Ja. Gut, vielleicht haben die irgendeine Ecke, wo eine 9th, 3th, 4th ist. Oder war. Vielleicht haben die erst Namen bekommen, nicht? Dann bin ich aber aufgeschmissen. Also wenn sie die Straßen umbenannt haben, dann ist es eh vorbei. Okay, sagt 84 in Miami. Natürlich war es Los Angeles. 50-50-Chanks und verkackt. So, jetzt will ich aber wissen, wo da eine 9th Straße ist. Okay, die Gebäude sieht man auch nicht mehr. Ist alles viel verdichteter als auf dem Bild. Okay. Ja, die haben die Straßen umbenannt. Na ja, ist das blöd. Da ist eine 6., da ist eine 5., hier ist eine 9. Aber die hat halt keine Autobahnausfahrt. Oder? Ist das die Autobahnausfahrt? Aber hier ist James Wood Boulevard. Ja gut, das kann man nicht finden. Das ist blöd. Also außer man kennt den Ort und war schon mal da. Kennt Los Angeles. Jetzt zoomt er wieder. Okay, Apple Map heute wieder ganz stark. Ich, ich, ich mach nix. Ist einfach diese scheiß Apple Map, die manchmal zoomt oder nicht zoomt. Und... Na gut, 5698. Erste Runde. Passenger Seed Interstate 110. Wow. Okay. Jetzt muss man Fußballfan sein. Ich erkenne wenigstens das Logo. Das ist England. Aber fragt mich mal, welche, äh, so welche Mannschaft... Und dann ist noch die Frage, wo sie gespielt haben. England gegen Deutschland. Okay, ist sogar... Achso, ist direkt England. Okay. Puh. Keine Ahnung. 77. Wann sind WMs? Mann. 78. Nehmen wir, 2010. 2006. 2002. 1998. 1994. 1990. 86. 82. 78. Okay, dann sag ich 78. 70. England gegen Deutschland. Ja, aber keine Ahnung, wo die WM war. Italien. Mexiko. Also Italien, England. Niederlande. Das sind einfach alle Fahnen von allen Ländern, nicht? Kanada oder so. Shit. Das hilft mir also auch nicht. Man erkennt auch nichts im Hintergrund. Also ein paar deutsche Fans. Sehr viele deutsche Fans. Oh. Also hier sind über deutsche Fahnen. Weniger England-Fahnen. Gut, die können jetzt genau in unserem Nacken sitzen. Da ist eine England-Fahne, eine große. Hier ist aber über Deutschland. Hier ist Eis-Deutschland. Keine Ahnung, wo die WM war. Wembley. Keine Ahnung. Paris. London. Ich gehe nach... Gehen wir nach London. Ich habe echt keine bessere Ahnung. Ähm, ja. Und wo? Irgendein Stadion, was ich jetzt sehe. Also Fußball kann man mich jagen mit, nicht? Da ist ein Stadion. Aber das ist Rugby, nicht? Ja. Das erkenne ich immerhin. Normalerweise sieht man die Stadion gut von oben. In England sind die immer so dicht eingebaut. Muss ein rundes sein. Das wäre ein eckiges. Das ist eine Trab-Rennbahn. Konzerthalle. Da hätten wir eins. Ja, komm. Sagen wir hier West Ham United. Keine Ahnung. 1978. Okay. War gar nicht so weit weg. Das schon mal gut war im Brand. Doch im Wembley. Ach, da ist Wembley. Okay. Krass. Hätte ich von oben nicht erkannt ohne Rasen. Boah, tolles Satellitenfoto. Genau kein Rasen drin. Boah, legge mich. Aber zwölf Jahre weg. 66. Okay. Fußball. Okay, schon besser, schon besser. Wir sind Richtung Indonesien. Ich würde Papua-Neuguinea sagen. Oder Neuseeland. Aber das ist egal. Das ist dicht beieinander. Das reicht mir. Keine Ahnung. Ich gehe hier einfach Port Morsby. Irgendwo an den Rand, nicht? Hier in so einem Park haben die das gemacht. Keine Ahnung. Äh, und das Alter. Die Bilder sehen gar nicht so alt aus. Gut, die haben sogar ein Handy, nicht? Oder was auch immer er in der Hand hat. Ja, 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 okay. Handys. Er sagt 23. Okay. War auf jeden Fall die richtige Höhe. Ja. Aber es war in Indonesien. In West-Nusa-Tengara. Sasak-Tribe. Und 2019. Ah, hätte ich mal 2020 gelassen. Was? Location 845? Alter, wie? Man denkt so, ach ja, ich hab's ganz gut getroffen. Es ist einfach weiter entfernt als komplett in Europa irgendwas. Ja. Okay. Okay. Gang-Traffic verbüden. Över, Hulung, Segadan, Genda, Mod, Watugan, Och, Klarebeck, Skatan, Envisa, Stilnilz, Verlins, Skata, Alla, Tisa, Maginen. Stara Clara Restaurant. BP. Okay. Wir sind auf jeden Fall in den 2000ern. BP gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Oh, nee. Wir sind sogar in den 70ern. Ich korrigiere mich. 1980 runter. Jetzt muss man die Kirche erkennen. Ich hatte erst Kopenhagen gesagt. Oscar. Die Müdigkeit. Lampe. Ceop mit Auf jeden Fall irgendwo hier oben, nicht? Bei denen wäre wahrscheinlich noch das A immer da eh irgendwo auffällig. Das haben die nicht ... Ja, dann würde ich eher nach Schweden rübergehen. Komm, wir gehen nach Stockholm. Könnte auch nur Norwegen sein. Wir gucken mal, ob wir hier eine ähnliche Kirche oder so sehen. Ein grünes Dach sieht man ganz gut. Der Turm wäre da mitte, nicht? Wir suchen einen Turm am Rand. Und Ich wünsche, man könnte die Karte anpinnen. Das wäre noch ein cooler Move, den man hier machen könnte. Man sieht halt nicht, wie die von der Seite aussieht. Das könnte durchaus die sein. Hier geht's ja irgendwie auch runter und hoch. Oh. Das ist noch so ein braunes Gebäude. Wollen wir mal, wir gucken. Die müsste noch ein Seitentürmchen haben. Also die hat auf jeden Fall einen Turm. Den rechten sehe ich leider nicht. Das wird schon passen. Dann wären wir irgendwo ja hier gewesen. So, komm. Es war sogar die Kirche. Wow. Wir haben die richtige Kirche identifiziert. Okay, da sogar. Noch dichter dran vom Winkel. Okay, denn ist dieses Ding da. Dieses Vordach. Okay, das hätte ich nicht gesehen. Ich dachte, das ist das hier. Ja, okay. Wenn das das ist, macht der Winkel natürlich mehr Sinn. Und das ist das braune Gebäude. Hm. Okay. Ich dachte, das hier ist das braune Gebäude. Oder das. Das sah so umgestaltet aus. Also früher sah das auf jeden Fall anders aus. Oh, cool. Richtige Kirche gefunden. Ich bin zufrieden. Beste Punkte, aber sieben Jahre weg. Es war nur 73. Boah. Verdammt. Aber Zeit bin ich eh durch Zufall nur gut. Okay, London. Das ist wieder klar. Wir wissen auch genau, wo. Das sind dann diese dankbaren Sachen, nicht? Piccadilly Circles. So. Gucken auf das Ding. Stehen wir wahrscheinlich hier oder so. Wo ist denn die Runde? Das ist die Runde Dings. Warte mal, wir gucken auf die und auf das Ding. Dann stehen wir da. Oder hier. Wahrscheinlich eher hier. Aber vor uns ist eine Straße. Dann stehen wir da. Ja, der Bus fährt gerade links rum. Dann sind wir hier vielleicht. So. Wann? Jetzt kommt das große Wann. Die Autos auf jeden Fall. schon ein bisschen mittelmoderner, nicht? JVC, BASF. 19.08 Uhr ist es. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Das habe ich entdeckt. Kauk ist simply years simply years ahead Philips Löwenboy Chemistry Chemistry Eben bei den Autos war ich zu weit weg, nicht? Dann gehe ich wieder auf 82, komm. 84 Piccadilly Circus in den 80ern genau getroffen. 9800 Punkte, nur zwei Jahre weg. Das ist okay. Oh, und das war schon das letzte Bild. Wow, das ging aber fix heute. Beim ersten haben wir so lange gebraucht. Nur 35.000 Punkte. Okay, ich drücke unten auf Share Result. Shared auch euer Result in den Discord rein. Dann können wir uns vergleichen. Oder fügt mich als Freund hinzu. Dann könnt ihr über mir in der Bestenliste stehen. Das ist relativ einfach, wie ihr seht. Ich klicke auf Leaderboard und keiner von euch hat bisher heute gespielt. Sehr schade. Würde mich freuen, wenn da auf jeden Fall mehr mal mitmachen würden. Und wir gehen nochmal in den Breakdown. Also 50-50 Chance wie immer bei mir vertan, nicht? Miami statt Los Angeles genommen. Aber nur ein Jahr weg. Wenn ich eine 50-50 Chance habe, meistens zwischen den Jahren oder der Location. Hier den richtigen Ort gut eingegrenzt. dass der Ort war London Wembley-Stadion dafür die Jahreszahl um 12 Jahre weg hier den Ort zumindest genau auf den Höhenmeter genau gefunden den Ort. Ich dachte, es ist Papua-Neu-Guinea ein Stamm. Es war ein indonesischer Stamm. Eigentlich alles eins, nicht? Aber trotzdem null Punkte für die Location. Weil es trotzdem tausende Kilometer entfernt ist, nicht? Also es ist größer als Europa, aber dazwischen ist halt eigentlich nur Wasser. ist ein bisschen schade gelaufen. Naja, gut. Vier Jahre nur weg dafür. Hier genau den Ort gefunden mit der Kirche, aber sieben Jahre weg. Und hier den Ort genau getroffen, Piccadilly Circus und zwei Jahre weg. Unser stärkstes Bild heute 35.000 ist gerade so okay. Kann man mit leben, nicht wahr? Aber es geht auch besser und wir werden uns morgen anstrengen, wieder bessere Ergebnisse zu haben. Ich meine, alles ab 35.000 finde ich eigentlich okay bis 41, 42. Als über 42 ist eigentlich extra ordinal oder wie man das nennt. Also sehr, sehr gut. Alles unter 35 bis 30 ist so kritisch und alles unter 30 ist eher so richtig reingehauen. Da hatte ich eigentlich Glück die letzten Male. Aber ja, fügt mich auf jeden Fall hinzu. Dann kann ich euch hinzufügen und wir können uns vergleichen im Leaderboard. Würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht reinzufolgen. Und jetzt geht das im Hauptstream weiter auf YouTube und Twitch mit Worker and Resources. Wir haben uns festgesuchtet, wir werden unsere Stadt weiter aufbauen. Ein richtig gutes Simulationsspiel. Seid dabei, verpasst es nicht. Und wir wollen heute die Uni aufbauen. Mal gucken, ob das klappt. Wir brauchen unbedingt Professoren und müssen endlich die Stahlforschung machen. Ja. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen oder ob das Gleichgewicht gibt und unser Gewinn einbricht. Wir hatten das schon mal. Ja. Guckt zu, seid gespannt. Bis gleich. Bis gleich.